So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke. Es ist wieder mal wie immer, du bereitest ein Video vor für Montag, Dienstag, willst am Mittwoch Raider Mittwoch machen. Dann kommt Montag, ja der Giratina Raider zwischen, den hast du total vergessen. Also schiebst du Montag, Dienstag auf Dienstag, Mittwoch, dass du Raider Mittwoch am Donnerstag machst. Und jetzt kam gestern Abend wieder eine News und ich denke, die ist so gigantisch. Mensch, die musst du ja unbedingt dann am Dienstag raushauen, sodass sich Montag und Dienstag auf Mittwoch und Donnerstag verschiebt und du Raider Mittwoch erst wieder am Freitag machen kannst. Also Raider Mittwoch am Donnerstag, am Freitag, das ist jede Woche dasselbe. Aber hey, dann hat es ja schon Tradition, dass das sowieso nicht Mittwoch kommt, sondern immer erst Freitag, Samstag oder Sonntag. Nee, egal. Ich nehme das trotzdem Mittwoch auf, Raider Mittwoch und jetzt, heute, Dienstag, nehme ich das auf für Dienstag. Und wie ich das andere zusammenwürfele, das können wir ja dann immer noch sehen, weil der Mankey C, der ist gefühlt in einem Monat. Eigentlich braucht das nicht vor Raider Mittwoch online kommen. Es wird noch gigantischer mit dem Debüt der Giga Döner Max Pokémon. Ihr kennt das ja, ihr seid beim Döner Mann des Vertrauens, ihr sagt, ein Döner bitte, ja, mit alles. Und dann seht ihr plötzlich, gibt es auch Super Döner und Jumbo Döner und Monster Döner. Und so müsst ihr das jetzt hier vorstellen, also noch größere, noch fettere Döner mit mehr Fleisch drauf ist der Giga Döner Max. Ich muss sagen, mir gefällt das Feature bisher immer noch richtig gut. Ich hatte Spaß, die Starter zu jagen, immer drei Stück aufzuheben für ein Team. Man konnte alles so machen, ohne irgendwie was da rein zu buttern. Dann kam Tarnel, es war eine richtige Herausforderung. Ich musste trotzdem, was musste ich eigentlich machen? Ich habe ein Glurak entwickelt, genau. Ich habe trotzdem nichts gepusht, ich habe keine Attacken verändert. Also keine neuen Dynamax-Attacken, Döner-Attacken da aufgewertet. Das ging alles ohne. Dann ging es auch ohne Leveln. Ich musste nichts pushen mit Staub auf Level 50 ziehen oder auf Level 40 ziehen. Du hast einfach nur so, wie du es gekriegt hast, benutzt. Vielleicht hast du es halt entwickelt, okay, hast es dann genutzt. Aber du musstest auf jeden Fall keinen Staub ausgeben. Das ging sich immer aus. Bei Legios sah es jetzt anders aus. Da ging nichts mehr. Da hast du Hilfe gebraucht. Aber du konntest solche Döner-Rades ja immer mit vier Leuten auch machen. Also du und drei andere hier zu viert können das machen. Das mache ich in der Raidgruppe ja meistens mit Linus, Immensiens und Genaia. Da passt das. Die ganze Zeit Legios-Döner geradet. Sobald Nebulak kommt, werde ich mich komplett auf Nebulak stürzen. Da brauche ich den Rest nicht mehr. Da können da bleiben, wo der Pfeffer wächst. Ich mache da Nebulak. Aber das, das ist ja so ein fettes, großes, Giga-Döner-Max-Debüt, wo Döds steht, dass hier Lobbys mit bis zu 40 Trainern dann erlaubt Sinn und Vorkommen. Das klingt so brutal. Die Kämpfe sollen ultraschwer sein wahrscheinlich. Alle scheißen sich jetzt schon in die Hose. Wie ist es denn aber wirklich deswegen? Ich bin gespannt, wie das ist. Und entweder macht es Spaß oder ich kann das absolut gar nicht nutzen, da ich gefühlt ja immer einfach alleine dastehe und schon Legios nicht hätte liegen können. Ohne Hilfe. Aber es hat nicht jeder jeden Tag immer Zeit und alles und dann wird es auf jeden Fall knifflig. Es wird noch gugandischer mit dem Debüt der Giga-Döner-Max-Pokémon. Ich lese es nochmal vor. Trainer. Bisaflor, Glurak und Turtok geben ihr Giga-Döner-Max-Debüt in Pokémon Go und diese Döner-Kämpfe sind ein völlig neuartiges Phänomen. Anscheinend lassen sich diese Giga-Döner-Max-Pokémon nur von mehreren Trainern besiegen. Es wird berichtet, dass 10 bis 40 Trainer notwendig sind, um diese gigantischen Kraftquellen-Bosse zu bezwingen. Eines ist jedenfalls sicher, diese sind die enormsten Herausforderungen, die es in Pokémon Go je gegeben hat. Ich bin gespannt, ob das wirklich so ist. Was ist denn die schwierigste Herausforderung bisher gewesen? Meiner Meinung nach Mega Latias. Mega Latias ist das Schwierigste überhaupt gewesen, weil ich habe das bei Raids für Zuschauer auch gesehen. Du hast 10 Leute in den Raid geschickt und zu 10 haben die das nicht geschafft. Latias ist das Rote, was schlechte Angriffswerte hat, aber hohe Verteidigungswerte, deswegen so viel gefressen hat, so viel ausgehalten hat, dass die meisten das in der Zeit einfach gar nicht geschafft haben zu besiegen. Latias an sich, Raiden, okay, aber Mega Latias war immer ein Krampf und viele Leute haben gesagt, sie brauchen das ja aber für die Mega-Energie, sie wollen es ja mal mega entwickeln und sind dran gescheitert. Selbst mit 10 Mann. Und mehr kannst du ja nicht einladen. Und das war genau das Problem. 10 Fan-Raider können da rein. Es war ein Krampf. Ist das wirklich jetzt aber schwerer wie Mega Latias? Das wäre ja noch brutaler. Und vor allem ist es ja auch nur vor Ort möglich und du kannst keine Leute einladen. Es geht nicht mit Fan-Raids. Das ist für mich schon wieder die nächst härtere Stufe, wie die Top-Raids und Elite-Raids. Die sind mir ja auch immer ein Graus, wenn ich weiß, da kommt was. Habe ich auch immer Schiss in der Buchse, weil ich denke, das schaffe ich doch eh nicht. Wie soll ich denn? Bisher hat es trotzdem aber geklappt. Gurgantischer Samstag, der 26. Oktober, 10 Uhr bis Sonntag, der 27. Oktober, 20 Uhr. Es war ja schon angekündigt, dass an so einem Wochenende nochmal ein Event stattfindet, dass es jetzt zwei Tage sind, wo die Giga-Döner-Max eingeführt werden in Dönerkämpfen der Stufe 6. Wir haben Einer, wir haben Dreier. Ich dachte, vielleicht kommen erst mal Fünfer. Das sind gleich Sechser. Giga-Döner-Max, Bisa-Floa, Glurak und Turtoc können alle in ihrer schillernden Version angetroffen werden. Im Web-Store gibt es ein Döner-Partikel-Beutel-Bundle für 7,99 US-Dollar. Also 8 US-Dollar für einen Döner. Das klingt doch eigentlich ganz cool. Würde ich mir nicht holen, könnt ihr aber holen. Ich meine, man braucht, glaube ich, 800 Partikel in einem so einem Rate. Man kann 800 am Tag sammeln. Ihr braucht 800 für einen Rate. Also macht halt einen so einen krassen Rate an einem Tag. Und dann versucht den nächsten halt am nächsten Tag. Ihr müsst nicht an einem Tag 20 solche Rates machen. Das machen die Profis, okay. Das machst du nicht mit einem Free-to-Play-Account. Das wird eh nichts. Jetzt wäre der Artikel eigentlich schon zu Ende. Aber ihr habt ja Zeit. Und ich nerve euch noch ein bisschen. Denn wir haben hier noch eine dicke, fette Seite. Da ist auch noch ein Trailer. Den gucken wir uns aber nicht an. Wir sehen nur hier, da ist ein Glurak. Ein dickes, fettes, grogandisches Abenteuer mit Döner-Max und Giga-Döner-Max. Döner-Kämpfe stellen euch vor kolossale Herausforderungen. Eilmeldung neu. Giga-Döner-Max-Pokémon erscheinen erstmals bei besonderen Events in der Welt von Pokémon Go. Und es ist eure Aufgabe, sie gemeinsam zu bekämpfen. Diese Döner-Kämpfe sind mit keinem anderen Kampf vergleichbar. Können anscheinend nur gewonnen werden, wenn sich viele Trainer zusammenschließen. Es wird berichtet, 10 bis 40 sind notwendig, um die gigantischen Kraftquellen-Bosse zu bezwingen. Eines ist sicher die größte Herausforderung, die es je gegeben hat. Hier erfahrt ihr alles Wissenswerte. Aha. Denkt dran, dass ihr in Pokémon Go jetzt auf Döner-Max-Pokémon treffen könnt. Ihr findet sie an mysteriösen neuen Kraftquellen, die überall auf der Welt auftauchen. Trommelt eure Freunde für Döner-Kämpfe zusammen. Fang die gigantischen Pokémon, entfessel die Kraft der Döner-Partikel. Ihr braucht natürlich... Also eigentlich braucht ihr aus denen, die ihr jetzt nehmen konntet, dann schon gute, die ihr aufwertet, um dann gegen die großen. Also wenn ich jetzt weiß, ich habe jetzt Shiggies geradet und kann die Döner maximieren, aber zu Tour-Dog machen und kann damit dann also gegen das Giga-Döner-Max-Glurak antreten. Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen eingedeckt mit Starter. Natürlich sind jetzt die Starter aus der Galar-Region auch da. Die können halt nicht shiny dann sein, aber die kannst du ja auch nehmen, du kannst ja auch durchentwickeln, die auch pushen. Also da bleibt es, wie gesagt, sich wohl nicht aus. Also du musst dich jetzt eindecken, damit du dann gegen die Fett-Teile da... Also wozu braucht man die eigentlich? Weiß ich auch nicht. Also shiny sammeln. Groß und fett shiny sammeln. Und wie ist das überhaupt? Wenn du jetzt ein... Du musst so eins fangen, um das zu Giga-Döner maximieren. Du kannst nicht ein dieser Samen, was du hast und was Dynamax machen kann, dann Giga-Dynamaxen. Das geht nur mit denen aus dem Raid oder wie? Oder ist das... Ich weiß es nicht. Neue Dynamax-Pokémon. Giga-Dynamax. Wenn man hier mal blättern möchte und geht ganz zurück, sieht man, das befasst sich halt um alles. Die ersten Sachen waren hier über die Dönerpartikel, die Dönerkämpfe, die Energiequellen. Dynamax-Pokémon generell. Und jetzt brandaktuell neue Deine-Döner-Pokémon. Giga-Döner-Max. Schließt euch mit bis zu 39 anderen Trainern zusammen. Epische Kämpfe. Innerhalb dieser Gruppe tretet ihr in vierer Teams gegen den Kraftquellen-Boss an. Und erhaltet die Chance, ein Giga-Döner-Max-Pokémon zu fangen. Das habe ich immer noch nicht gerafft. Also stell dir mal vor, ihr geht da hin und seid fünf Mann und alle gehen rein und dann kommen vier in eine Gruppe und der eine ist alleine und was? Der schafft es dann nicht, weil er alleine ist. Oder es zählt trotzdem ja als fünf Mann zusammen, der Schaden. Aber du kannst nur, Leute, wenn du jetzt heilst, heilt das nur die, die in deinem Vierer-Päckchen sind und der andere hat Pech. Der andere kann zwar Schaden machen, aber wenn er tot ist, ist er tot so ungefähr. Und ihr könnt euch gegenseitig unterstützen. Dann wäre es ja vielleicht sogar besser, wenn ihr vier Leute seid. Nein, das macht gar keinen Sinn. Ich würde sagen, wenn ihr vier Leute seid, die machen eine Zweiergruppe, die machen eine Zweiergruppe. Aber nein, dann könnt ihr ja zusammen eine Vierergruppe machen. Hört einfach gar nicht zu. Dann geht ihr auf mehr erfahren und fliegt es hier runter und seht, es wird noch grogandischer. Da steht dasselbe nochmal. Also von 10 Uhr bis 20 Uhr, vom 26. bis 27. Und ich weiß, die sind nur die zwei Tage da und sind dann wieder weg. Ja, hier habt ihr auch nochmal schön das Tourtalk. Holt euch die neuesten Forschungsergebnisse zu Gigadönermax Pokémon. Gigadönermax Pokémon, hier sind sie alle drei nochmal gezeigt auch. Die Gigadönermaximierung ist eine besondere Art der Dönermaximierung, durch die sich zusätzlich zu den üblichen deine Maximierungseffekten auch das Erscheinungsbild des Pokémon ändert. Nur bestimmte Pokémon können Gigadönermaximiert werden. Pokémon mit der Fähigkeit zur Gigadönermaximierung können in Dönerkämpfen bekämpft und anschließend gefangen werden. Diese Kämpfen finden an Kraftquellen statt, die ihr überall auf der Karte findet. Nutzt die eigenen Dönermax oder Gigadönermax-Pokémon im Kampf gegen Kraftquellen-Bosse. Auch bei Gigadönermax könnt ihr mit Bonbons und Dönerpartikeln Dönerattacken auf höhere Level freischalten, um die Gigadönermax-Effekte zu verstärken. Genauso wie bei Dönermax-Pokémon. Außerdem erhaltet ihr EP, wenn ihr den Level von Dönerattacken steigert. Ich habe jetzt die letzten Tage schon gar nicht mehr Legios gemacht. Ich habe dann meine Partikel genommen, um trotzdem mal bei meinem Metagross und bei meinem Glurak ein bisschen die Attacke aufzuwerten. Wollte ich eigentlich nicht. Habe ich jetzt gemacht. Wahrscheinlich bereue ich es jetzt schon wieder. Was ist denn, wenn ich jetzt wirklich bei meinem Glurak die Attacke auf Stufe 3 pack? Ich muss dafür XL ausgeben, muss Partikel ausgeben und dann kriegst du aber ein Gigadönermax-Glurak, was du Gigadönermax maximieren kannst. Und dann willst du ja aber bei dem die Attacke aufwerten und hast total sinnlos vorher bei dem Döner-Glurak die Attacke aufgewertet und deine XL rausgehauen, obwohl du sie eigentlich für das Gigadöner gebraucht hast. Also wie immer, man macht was, man bereut es, man weiß noch gar nicht, wie was kommt und eigentlich sollte man sowas immer nur machen, wenn man einen Hunderter hat, dann weiß man, es kann nicht besser werden. Aber doch, wenn es dann nämlich statt Döner Gigadöner gibt. Gigadönermax können bis zu drei Döner-Attacken erlernen, eine individuelle Attacke sowie Döner-Kampfgeist und Döner-Wahl. Während der Gigadönermax-Immierung ist die erste Döner-Attacke eines Pokémon immer eine mächtige Gigadönermax-Attacke. Jede Pokémon-Art, die Gigadönermax-Immär maximiert werden kann, hat eine eigene Gigadönermax-Attacke, die nicht zu dem gleichen Typ wie die Sofortattacke gehören, muss. Ich verstehe nur Bahnhof, aber ich habe es euch ja vorgelesen, ihr könnt mir das ja dann erklären. So, jetzt sehen wir die hier, sind fett, sehen interessant aus, man braucht also 800. Jeder Trainer mit mindestens einem Döner-Max- oder Gigadönermax-Pokémon im Team kann an Döner-Kämpfen bei bestimmten Kraftquellen teilnehmen. Mann ist das immer kompliziert ausgedruckt, so langer Satz. In Döner-Kämpfen können nur Döner-Max- oder Gigadönermax-Pokémon eingesetzt werden. Bis zu 40 Trainer können sich in Gruppen von bis zu 4 Teammitgliedern zusammentun, um die Erfolgschance zu erhöhen. Jeder Trainer muss Döner-Partikel einsetzen, um am Kampf teilzunehmen. Die Menge hängt von der Stärke des Bosses ab, doch keine Sorge, Döner-Partikel werden nur verbraucht, wenn der Boss besiegt. Wenn ihr den Boss besiegt, kämpft euch zum Sieg, falls ihr es noch nicht wusstet, also wenn ihr jetzt zum Beispiel Legios Solo probiert habt und ihr habt es nicht geschafft, dann habt ihr die Artikel auch nicht verbraucht, die habt ihr dann weiterhin gehabt Starter damit machen. Wenn ihr es geschafft habt und ihr die Möglichkeit habt, den zu fangen, dann wurden die erst abgezogen. Tippt in Dönerkämpfen wie gewohnt auf den Bildschirm, um sofort Attacken einzusetzen, Energie für Ladeattacken zu sammeln, durchs Angreifen fühlt sich auch der Balken oben auf dem Bildschirm. Behaltet den Balken im Auge, wenn er voll ist, wird euer Pokémon für 3 Runden Döner maximiert oder Giga-Döner maximiert. Wischt, um den Attacken des Kraftwellenbosses auszuweichen. Über eurem Pokémon wird eine Warnung angezeigt, wenn der Boss es anvisiert, also seid auf ein Ausweichmanöver vorbereitet. Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. Eine Attacke ausgewichen. Ich kriege immer volle Breitseite alles ab. Ich wusste aber vorher auch nicht, dass man die Energiesymbole einsammeln kann. Ich habe die immer angetippt und da ist nichts passiert, aber durch das komische Video gegen Tarnel wurde mir das ja von euch gesagt. Danke dafür. Hätte ich mir einfach hier das durchgelesen, dann hätte ich es ja auch gewusst. Wenn ihr im Kampf Energiesymbole seht, wischt in die Richtung, euer Pokémon bewegt sich dorthin, sammelt die Energie ein und der Balken füllt sich schneller. Jetzt habe ich alles umgemodelt, aber egal. Wenn alle eure Pokémon in einem Dönerkampf besiegt werden, könnt ihr trotzdem noch zum Kampf beitragen. Tippt auf den Bildschirm, bis eure Teammitglieder anfeuern könnt, damit ihre Balken sich schneller füllen. Belohnungen für Dönerkämpfe. Maximiert auch eure Belohnungen, setzt Pokémünzen ein, um noch mehr Belohnungen für das Besiegen eines Energiequellenbosses zu erhalten. Was ich da jetzt nicht raff, wenn ich immer einen Einer Döner gemacht habe, da gab es immer so viele Sonderbonbons raus, mal gab es auch einen XL Sonderbonbon, wenn du einen Dreier gemacht hast, einen Legios, vor allem, bei Tarnel ging es eigentlich auch noch gut ab, aber bei Legios kriege ich gefühlt immer nur Bälle und Bären. Da kriege ich so gut wie nie einen Sonderbonbon und auch gar keinen XL Sonderbonbon, also das verstehe ich dann immer nicht, wieso so ein schwerer Raid weniger Sachen abwirft und dann kannst du diese Bälle, kannst du, wenn du Münzen einsetzt, hast du halt dann nicht zwölf Primärbälle, sondern dann halt 24 und aber wer macht sowas? Also wenn es da jetzt mal 5 XL Bonbons geben würde und du kannst das mit 100 Münzen verdoppeln, das wäre ja cool, aber habe ich nicht. Nach dem Sieg könnt ihr die Belohnungen abholen und wie bei Dönermax kämpfen, ein Pokémon aus dem Kampfteam in die Kraftquelle stationieren. Wenn ihr ein Giga Dönermax Pokémon an der Kraftquelle platziert, begegnet ihr an der Kraftquelle möglicherweise einem wilden Pokémon. Also wenn ihr ein Giga Dönermax reinsetzt, spawnt dann als Belohnung sozusagen da was, schmeißt die also alle da rein. Nach dem Kampf habt ihr die Chance, den Kraftquellenboss zu fangen und könnt noch mehr Dönerkämpfe mit euren Giga Dönermax Pokémon bestreiten. Dönermax Entdeckungen, das ist egal, weil das war alt, da geht es um alles andere. An sich war das ja auch alles alt, weil das ist ja alles, was wir schon wussten, außer dass man halt diese 40 Leute hat und dass man da 800 braucht, aber das hätte man dann gesehen. Das Video geht also viel zu lang dafür, dass mir doch mit dieser einen Seite alles gesagt wurde, dass die drei kommen, dass sie schwer werden, dass ihr aufs Maul kriegt und dann, das war es jetzt von weiter Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin Peace out for out, euer Ramses. Habt ihr Bock, wie findet ihr das Feature? Schreibt es mal in die Kommentare und ja, ciao.